Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. So, da sind wir wieder und wir müssen als erstes Tränke besorgen. Ja, wir machen das wieder wie gehabt. Einfach ein paar Ballruns. Muss das einfach machen, ich hab Ball einfach zu selten gemacht und jetzt... Ja, mach ich ihn eigentlich ziemlich oft. Das machen wir jetzt aber einfach mal eine Weile in der Hoffnung, dass wir hier noch den ein oder anderen super seltenen Gegenstand bekommen. Ja, ich hab ja durch einige Kommentare von anderen Holy Grailern erfahren, dass sie gerade in den Ballruns die meisten Gegenstände bekommen haben. Also von Ball. Gut, ich hab jetzt auch schon den ein oder anderen bekommen, aber... Ich kann nicht noch mehr... Ich kann nicht noch mehr... Insgesamt... Im letzten Run haben wir im ersten Ballrun direkt zwei Uniques und ein Set-Gegenstand allein durch die Wellen gekriegt. Jetzt schauen wir mal heute... Wie es hier aussieht. Wie es hier aussieht. Ui, 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 ui. Ganze Menge Hydrin, natürlich jetzt nicht so vorteilhaft. So, nächste Welle. Leichte Plattenrüstung liegt hier schon eine Weile. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Letzte Welle. Jetzt hoffen wir mal, dass der Lister nicht kälteimmun ist. Ah, ist er auch nicht. Ich kann nicht noch mehr... Ah, nichts gedroppt. Tch, 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 tch. Nö. So, nochmal Battle Orders und ab zu Baal. Ja, genau. So, hier stehe ich gut. Und... Jagdbogen und Gürtel. Na, komm. Jagdbogen, äh, Todesband. Hm. Gürtel, ja, passt noch. Nachtrauch. Ah, Nachtrauch habe ich... Glaube ich schon. Ah, ich glaube, ich habe sogar alle Gürtel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nachtrauch. Jo. Und... Bögen, Todesband. Ja, habe ich beide. Aber zwei Uniques sind gedroppt. Ist doch schon mal positiv. Vielversprechend. Nächster Run. Ah, der liegt ja auch noch. So. So. Was haben wir hier? Nichts. So. Schnell gecleared. Sieht man natürlich auch immer gern. Erste Welle. Drei, zack. Ein Unique Gegenstand. Ist, glaube ich, nichts Besonderes. Die Blitzklinge, die haben wir auch schon. Na, komm schon. So, jetzt. So. Blauer Juwel. Kann man sich mal angucken. Gut. Schriftrollen sind leer. Ja. Hol' ich mir mal schnell. Kleiner Zauber. Oh ja, den will ich auch haben. Schauen wir uns mal den kleinen Zauber gleich an. Weg, weg, weg. Nicht sterben. So. Schauen wir mal. Fünf auf Mana. Brauchen wir nicht. Lister wieder nicht Kälteimmun. Sehr schön. Ich kann nicht noch mehr fahren. So. Hier ist nichts gedroppt. Und der zweite Ballkill nach sieben Minuten. Ich denke, wir sind da relativ schnell. Oh, jetzt habe ich nicht gebattleordert. So. Ah, ja, gut. So. Lackierte Plattenrüstung Set. Bitte, bitte, bitte. Wann wird es passieren? Jetzt noch nicht. Drei Unique Gegenstände. Einmal die Balrog Klinge. Flammenbäller. Ich glaube, den habe ich schon. Prunkhanisch. Prunkhanisch. Warte mal. Prunkhanisch ist der Klapperkäfig. Den habe ich. Sehr schöne Rüstung. Damit habe ich sogar mal U-Bars gemacht. Und der Todessparten. Den habe ich auch. So. Dann haben wir hier den Flammenbäller. Gucke ich mal lieber zur Sicherheit. So. Dann haben wir hier die Rüstung. Da ist der Klapperkäfig. Flammenbäller, siehste. Den haben wir auch. Und dann hatte ich ja noch. Hier den Charm mit 10 Gift Widerstand. Hebe ich mir mal auf. Achso. Next. Byron Nummer 3. In dieser Folge. Hoffen wir mal, dass der Ton wieder leicht zu clearn ist. Und dass der Lister nicht kälteimmun ist. Dann geht das immer alles ein bisschen schneller. Ah. Sieht doch super aus. Perfekt. Ah. Super. Sehr schön. Das Spiel ist heute auf unserer Seite, Leute. Ach. Ich habe ein gutes Gefühl. Ein Drittel der Folge ist schon rum. Fast. Jetzt gleich bei 10 Minuten. So. Was haben wir hier? Nichts. Lakierte Plattenrüstung, Leute. Tal Amor. Woa. Go, 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 go. Go, go, go. Nichts. Ich bin überladen. Ein bisschen Platz machen für mögliche Drops. Dass sie nicht untergehen. Wieder nicht kälteimmun. Sehr geil. Eine Nephrune. Guck mal, Runen, ne? HRs können auch gerne mal droppen. So. Battle Order ist nochmal schnell. So. Lakierte Plattenrüstung. Set. Go, 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 go. Tyrannentöter. Was ist das denn? Äh. Ich glaube, das ist Dämonenglied, ne? Ja. Habe ich schon. Schade. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ball Run Nummer 4. Ja. Und wie sieht der Ton aus? Ui, ui, ui. Kälteimmune. Sind dabei, aber nicht zu viele. Ja, die dauern immer eine Weile hier, die dunklen Fürsten, ne? Da kommt der Söldner nicht so gut gegen an. Okay. Ball. Go, go. Warte nicht zu lange. Wirklich. Ja. Joop. Wir sind da. Nur noch die Skelette. Oh ja, sehr gut. Guck mal, der Söldner ist mal nicht geslowed. Hammer. Ging auch schnell. So, letzten beiden Wellen. Riesendrescher. Ein Sockel. Ah, ist kältig nun. Wie ist der Söldner drauf? Schafft er den? Geht doch. Ach. So, und wieder Ball. Go, 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 go. Oh, teleportiert er sich heute wieder weg, ne? Da wollte ich hin. So, jetzt, komm. Go, 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 go. Und... Na komm, was haben wir? Hehehe. Oku Nummer 2. Oku ist gedroppt. Was haben wir für eine? Das ist, glaube ich, immer das Gleiche, ne? Das ist immer gleich, ja. Die Bänderrüstung ist Eisblinker. Die habe ich auch. Jo, Eisblinker können wir mal direkt loswerden. Das Oku will ich auf jeden Fall... Ja, nur Zauberin. Das haue ich mal hier in die klassenspezifischen. Ich trage ja eins. Guck mal, da haben wir... Ich shoot das. Einfach für die Vollständigkeit. So schön, so ein Oku-Drop. So, ähm... Achso, ich habe schon neu gemacht, ne? Ich mich jetzt nicht täusche, ist das Ballrun Nummer 5 oder vielleicht Nummer 6? Ein Run dauert immer so lange, dass ich mir nicht merken kann, welcher Run das gerade war. Naja, passt schon. Ist ja auch egal, welcher es ist, ne? Ui, 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 ui. Ja, mein erster Oku-Drop bei Mephisto. Mich richtig gefreut, dass ich ihn endlich hatte. Ach Gott, da war noch ne Soul. Super, go, 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 go. Zweite Welle. Ich glaube, ich höre bald auf mit Ballruns, oder? Hätte er eigentlich gehofft, dass ich hier mal irgendwie... Den Glücks-Drop kriege. Ah, immerhin hat er keine weitere Hydra gespawnt. So, hier war auch nix dabei. Oh, Battle, oder? Jetzt fast in die Hose, gell? Nicht-Kälte, nun. Sehr gut. Kein Drop. So, Ball. Zeig, was du hast. Und hör auf mit dem Rum-Teleportieren jetzt hier. Ja, genau. Aber mein Oku teleportiert. Jo, und jetzt geht's los. Ei, 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 ei. So, jetzt, jetzt. Guck, 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 guck. Guck, guck, guck. What? Was ein Drop, ey. Komplett blau. Jetzt ist vorbei. Ab jetzt droppt gar nix mehr. Ach, du heilige. Was ist hier denn schon wieder los? Was ist hier? Wo ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Das war's für heute. Ein Prunkschild, unik, ätherisch, der Schutz, ah, Edgrey, mach ich nicht. Au, ist er down, ja, Beinschutz, Sigorn. Gute, gute Kolosswolke, mhm. Beinschutz und Punktschild. Immerhin ein Set und ein Unique allein schon in den Waves. Ach, kann kein Gold mehr tragen, okay. Gehen wir mal kurz reparieren. 4000, ja, gut. Äh, gib Gold, so. Ups. Jetzt vielleicht auch nicht so klug. So. Baal, komm. Gib mir Tal Amor, bitte. Okay, der Plattenriss, oh. Go, 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 go. Go, 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 go. Zack, ein Stern. Tja, oh, das ist Mondfall. Nächster Ball Run. Ah, es wird langsam nicht mehr so leicht an neue Gegenstände zu kommen, ne? Oh. 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 Na, komm. Ui, 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 ui. Das ist Maus. Zwei Bosse, beide Kälte im Mond. Mal weglaufen, wäre doof. Ich will schon wissen, was ihr mir gebt. Nix. Gelber Chaco. Gelbes Chaco. Gelbes Chaco. So, was haben wir hier? Nichts. Zwei Bosse. Okay. Nichts und wieder nix. Vier Minuten. Wir machen jetzt noch Ball und dann noch ein Deer Run hinterher. Und dann ist auch Schluss. Ah, kein Timo. Ah, kein Timo. So, Ball. Letzter Ball-Drop für diese Folge. Was hast du für mich? Drückst du schon raus? Nichts. Ärgerlich. So, jetzt machen wir noch einen Deer Run. So, jetzt geht's. ouch ouch ich muss mal eben tränke besorgen so hier haben wir nichts ein riesen zauber ja muss ich mal mitnehmen warte mal lag hier jetzt auch noch was nö ne nö 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 Wow, 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 wow. So, das ist ein Darm. Und Diablo gibt mir jetzt Tal Amor, pass auf. Nö. Stoßschwert, was ist das Stoßschwert? Das ist die böse Schale. Den habe ich, glaube ich, auch schon, ne? Da haben wir eben schon mal reingeguckt in die Schwerter. Böse Schale, siehst du? Also weg damit. Guti, Leute, dann war es das schon wieder. Leider wieder kein neuer Gegenstand. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Und tschüss.